Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um den Fun-KI-Blog von Sven Hansen, Tommy Seewald und Mike Hager. Und es geht um die spannende Zukunftsvision eines Konzeptes, und zwar wie du eine digitale Immobilie mithilfe von KI aufbauen kannst. Das heißt, eine eigene Website, die mithilfe von Affiliate-Marketing und Provisionen über SEO und über Traffic von Google Provision und Geld verdient. Also stell dir vor, du hättest eine vollautomatisierte Geldmaschine, die für dich digitale Immobilien im Internet baut. Ohne deine Mithilfe erstellst du die ganzen Webseiten, füllst sie mit hochwertigem Content, optimiert alles für Google und verkauft dann Produkte auf dieser Seite, um dir laufend Einnahmen zu bescheren. Und ich finde, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Tatsächlich könnte das die Zukunft vom Affiliate-Marketing und Online-Marketing sein. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Mit dem neuen KI-Tool Fun KI-Block soll diese digitale passive Einkommensmaschine Realität werden. Die Frage ist aber, funktioniert das wirklich? Und da möchte ich jetzt etwas näher reingehen, und zwar die Herausforderungen und die Möglichkeiten, die mit KI heutzutage vorhanden sind. Aber schauen wir uns das Thema jetzt etwas genauer an. Ich habe einen kompletten ausführlichen Artikel zum Thema Automatisier-Blocks mit KI und die Monetarisierung beziehungsweise das Affiliate-Marketing erstellt, den du dir in der Videobeschreibung durchlesen kannst. Und da geht es tatsächlich darum, wie man KI-Tools nutzt, aktuell welche Herausforderungen es auch gibt und ob das wirklich alles automatisiert funktioniert. Das schauen wir uns nämlich gleich auch nochmal genauer an. Aber ich vorab schon mal genommen, ich finde das Thema sehr, sehr spannend und es ist sehr viel möglich mit KI. Es ist noch nicht perfekt und man muss schon noch fein justieren. Also komplett passiv funktioniert das nicht. Aber diese Möglichkeiten sind extrem gut, gerade für Leute, die selber noch nicht so viel Erfahrung haben. Deswegen kann ich dir das empfehlen. Die komplette Präsentation kannst du dir hier kostenlos anschauen. Einfach über den Link auch in der Videobeschreibung oder über den Blog. Einfach hier anmelden. Dann klickst du hier drauf, tippst einmal deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein. Und dann kannst du dich kostenlos zu dem Webinar der brandneuen Software-Fun-KI-Blog von Sven Hansen, Mike Hager und Tommy Seewart anmelden. Und du bekommst auch noch tolle Bonus-Inhalte von mir im Wert von über 2.000 Euro. Also ich habe ein sehr umfangreiches Bonus-Bundle. Also einmal zum Thema Affiliate-Marketing habe ich was zusammengestellt. Ich habe einmal was zum Thema KI zusammengestellt mit den besten Frameworks. Das ist sehr passend dazu. Dann noch passende Online-Geld-Verdien-Strategien, die über Affiliate-Marketing hinausgehen. Dann meinen kompletten Online-Kurs, wie man eine erfolgreich konvertierende Webseite baut. Nicht nur mit WordPress, sondern hier geht es auch viel um das Wissen für SEO, weil das ist tatsächlich sehr wichtig. Und dann gibt es noch die Swipe-Fall-Sammlung, wie du tatsächlich Headlines, Bullet-Points, Betreffzeilen, E-Mails, VSLs erstellst, um noch mehr online zu verkaufen. Und den ganzen Bonus bekommst du, wenn du dir das Ganze über mich sicherst, also wenn du dich einmal über mich anmeldest. Und wenn du dir das dann später über mich sicherst, dann einfach eine E-Mail an info-at-startup-rakete.de. Wichtig einfach bei dem Ganzen, dass du meine ID Vitamin Erfolg mit angibst. Aber schauen wir jetzt mal etwas genauer rein in das Ganze. Jetzt möchte ich dir mal eine Einschätzung geben, wie ich das Thema KI-Blocks und Affiliate-Marketing über Google und SEO einschätze. Also, Traffic über Google ist sicherlich extrem wertvoll. Das Thema, was ich nur sehe beim Thema KI-Blocks, ist natürlich, dass man noch besser im SEO sein muss als andere. Weil dadurch, dass es leichter ist, ist natürlich die Einstiegsbarriere in bestimmten Nischen natürlich leichter. Dementsprechend ist die Konkurrenz aber auch größer, weil der ganze Traffic meistens in den höheren Positionen stattfindet. Normalerweise ist der Aufwand, einen Blog zu erstellen zu einem bestimmten Thema, das auch hoch ranken soll, wenn die Konkurrenz groß ist, ist natürlich sehr aufwendig. Also, du brauchst schon so deine 3.000 bis 5.000 Wörter, das muss gut geschrieben sein und momentan werden natürlich die Filter auch immer stärker und du kannst natürlich davon ausgehen, dass in Zukunft auch mehr über, wenn sich beschwert wird, über generische Inhalte natürlich auch Google sogar abstrafen wird. Aber was ist tatsächlich möglich mit KI? Was kann man schneller machen und wie viel muss der Mensch noch eingreifen? Also, du kannst tatsächlich sehr viel mit künstlicher Intelligenz das Thema Keyword Research machen. Du kannst die Zielgruppe schneller definieren, du kannst schneller Ideen sammeln, du kannst schneller Text-, Bild- und Videoerstellung zu beliebigen Themen machen, du kannst das Ganze besser aufbereiten, du kannst richtig starke Headlines schreiben, dann kannst du das Outlining machen, dann kannst du die ganzen Texte mittlerweile generieren lassen und natürlich die On-Page- und Metadaten und die interne Verlinkung kannst du natürlich auch alles mit KI machen. Also, ich nutze auch KI-Tools, um effektiver zu schreiben, aber es ist immer noch sinnvoll, die Sachen zu kontrollieren, weil das Thema bei künstlicher Intelligenz und ich gehe immer davon aus, dass auch so eine Software wie Fun-KI-Blog auf ähnliche Metadaten bzw. ähnliche Tools zurückgreifen wie ChatGPT und Co., da muss man die Inhalte immer noch ein bisschen abprüfen, weil die auch dazu neigen, je länger der Content ist, zu fantasieren. Also, es ist nicht komplettes Passives, aber es erleichtert dir extrem viel, also du kannst viel schneller so eine Inhalte erstellen, die auch sehr hochwertig sind und es kann natürlich auch die Prokrastination runternehmen, indem man diese Schreibblockade verhindert, weil man ja quasi einen Sparring-Partner wie einen Assistenten hat. Also, ich schätze dieses Thema, schauen wir jetzt mal unten meine Bewertung an, lese dir auch gerne mal meinen kompletten Artikel durch. Also, ich schätze das Thema von der Grundidee in einer Bewertung von 8,5 ein. Es wird sich noch herausstellen, wie viel an dem Tool weitergearbeitet ist, wie das Preismodell ist, wie die Qualitätskontrolle ist und wie nachhaltig diese Strategie in Zukunft sein wird. Es muss halt die ganze Zeit in Qualität mitgearbeitet werden und dafür gesorgt werden, dass neue Updates, die von Google kommen und so, immer weiter mit eingearbeitet wird, damit dieses Tool langfristig, ja, richtig gut funktioniert. Aber grundsätzlich ist die Idee mega genial, tatsächlich über SEO richtig viel Traffic zu generieren und das mit Hilfe einer KI-Software finde ich sehr, sehr genial. Also, wenn dich das Thema interessiert, alles wird vorgestellt in der Präsentation vom Fun-KI-Blog-Tool. Ich werde eventuell auch eine Live-Präsentation der Software vorstellen, aber das werde ich leider erst zeitversetzt schaffen, weil ich in der Zeit für 14 Tage in Japan bin und erst, wenn ich aus Japan wieder da bin, kann ich das tatsächlich machen. Deswegen melde dich gerne über meinen Link an, schau dir die Präsentation an und wenn dich dieses Tool interessiert, was wahrscheinlich eine ziemliche Revolution mit Failure Marketing sein wird, dann bekommst du natürlich noch einen umfangreichen Bonus von mir, den sende ich dir dann zu. Nachdem du, nachdem du das Ganze gesichert hast, bekommst du alles, was du hier siehst, schick mir dazu dann einfach nur eine E-Mail an info-at-startup-rakete.de. Ich hoffe, ich konnte dir mal mit meiner Einschätzung weiterhelfen, mal aus zwei Perspektiven das Potenzial und natürlich auch die Einschränkungen, die noch aktuell da sind, um das wirklich realistisch einzuschätzen. Wollte ich dir da weiterhelfen. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne mal ein Like, ein Kommentar und auch ein Abo da und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos.